Eine Mensur ist ein traditioneller, streng reglementierter Fechtkampf zwischen zwei männlichen Mitgliedern verschiedener Studentenverbindungen mit scharfen Waffen. Der fechttechnische Fachbegriff Mensur bezeichnet seit dem 16. Jahrhundert einen festgelegten Abstand der Paukanten zueinander. Mensuren werden von vielen Verbindungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie einigen wenigen in Belgien, Polen und im Baltikum gefochten. Je nach Hochschulort mit Kopf- oder Glockenschlägern. Die Paukanten sind heute bis auf Teile ihres Kopfes und Gesichts vor Verletzungen weitgehend geschützt. Gegebenenfalls dabei entstehende Wunden und deren Narben heißen Schmisse. Eigenart und Zweck Das Mensurfechten ist weder Sport noch Duell, hat aber mit beiden Formen menschlichen Kräftemessens Gemeinsamkeiten. Wie beim Sport geht es nicht um das Austragen persönlicher Differenzen, ein gewisses Vertrauen zueinander ist für ein Paukverhältnis sogar nötig. Allerdings kennt eine Mensur keine Gewinner oder Verlierer. Wichtiger als ein Sieg ist die aufrechte Teilnahme, das Durchhalten und die Beherrschung von Affekten. Die Leistung jedes teilnehmenden Fechters des Paukanten wird unabhängig von der Leistung seines Gegners bewertet. Etwa nach Stand, Moral und Technik. Dies nimmt der Mensurkonvent vor. Ein Gremium, das aus allen anwesenden Korps bzw. Bundesbrüdern, also anderen Mitgliedern der Studentenverbindung, des jeweiligen Paukanten besteht, die die Mensur vollständig gesehen haben. Wie das Duell ist die Mensur ein Zweikampf von Männern, bei dem es darauf ankommt, Nicht zurückzuweichen und diese Kampfsituation trotz möglicher Verwundung diszipliniert und ohne äußere Anzeichen von Furcht durchzustehen. Das Einüben von Tapferkeit durch Überwinden der eigenen Furcht ist das eigentliche Ziel. So dass ein Zurückweichen als Niederlage empfunden und gewertet wird, nicht jedoch eine erlittene Verletzung. Anders als beim Duell geht es dabei weder um Leben oder Tod noch darum, für Rehverletzungen der Ehre Satisfaktion zu geben. Das ist rechtlich verboten und ausdrücklich nicht mehr Sinn der Mensuren. Diese dürfen heute nur noch unter Bedingungen gefochten werden, die ernsthafte oder gar tödliche Verletzungen der Teilnehmer ausschließen. Schlagende, besonders pflichtschlagende Verbindungen betrachten die Mensur als wichtige Hilfe zur Persönlichkeitsbildung. Denn in der Vorbereitung darauf muss der Teilnehmer eine saubere Kampftechnik einüben und dabei Disziplin und Sorgfalt entwickeln. Dabei muss er sich mit einer als bedrohlich empfundenen Situation auseinandersetzen, die eigenen Ängste davor überwinden und ihr gefasst entgegentreten. Das Pauken soll auch den Zusammenhalt der jeweils eigenen Verbindung stärken, in dem der Paukant für sie einsteht. Deshalb nimmt meist die gesamte Aktivitas der Beteiligten Verbindungen sowie oft viele ihrer alten Herren an einem Pauktag teil. Im Gegensatz zum Sportfechten werden bei einer Mensur ausschließlich Hebe ausgeführt, stechen ist hingegen nicht erlaubt. Die Waffe heißt Schläger und wird je nach Hochschulort in der Variante Kopf- oder Glockenschläger verwendet. Die Trefferfläche für die Hebe ist ausschließlich der Kopf, der Rest des Körpers ist durch Bandagen geschützt. Der einzige bewegte Körperteil ist der Schlagarm, der zugleich auch zur Deckung eingesetzt wird. Fechttechnik nach Adolf Meier Punkt, 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 Punkt Beteiligte und Ablauf Jeder Waffenring hat seinen eigenen traditionell gewachsenen Fecht-Kommend, der die Regularien der Partien festlegt, von der Beschaffenheit der Fechtwaffe über die Schutzausrüstung bis zur Anzahl und Dauer der Gänge. Erlaubten und verbotenen Heben- und Hebkombinationen, Kommandos USW Diese Kommands unterscheiden sich zum Teil erheblich voneinander. So kann das Fechten an einem anderen Studienort oder ein Studienortwechsel eine fechterische Umstellung erfordern. Bei einer Mensur sind beteiligt Ein Unparteiischer Zwei Pauk-Anden Zwei Sekundanten Zwei Test-Anden Zwei Protokollführer Zwei Schleppfüchse Zwei Pauk-Ärzte Den Unparteiischen wählen die beiden Sekundanten jeweils vor einer Mensur aus. Er darf keiner der beiden Pauk-Kanten stellenden Studentenverbindungen angehören, soll aber ein Waffenstudent sein, der einige Mensuren nach dem entsprechenden Pauk-Kommend geschlagen und idealerweise auch sekundiert haben soll. Er muss gewährleisten, dass sich Anwesende und Beteiligte während der Mensur regelgerecht verhalten und hat dafür das Hausrecht im Pauk-Lokal inne. Im Gegensatz zu einem Schiedsrichter im Sport darf er an den meisten Hochschulorten die Partien nicht unterbrechen und von sich aus keine Sanktionen verhängen. Nur wenn ein Sekundant die Rechtmäßigkeit einer Handlung anzweifelt, wird er um Entscheidung gebeten. Er muss diese nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Üblicherweise sind seine Entscheide sakrosankt d.h. nicht nachträglich anfechtbar. So kann ein Unparteiischer beispielsweise nicht wegen einer möglicherweise falsch getroffenen Entscheidung kontrahiert werden. Die Pauk-Kanten sind die beiden Fechter, welche die Mensur schlagen. Sie gehören prinzipiell zu verschiedenen Verbindungen, eine Mensur zwischen Angehörigen derselben Verbindung gibt es nicht. Sie folgen den Kommandos ihres Sekundanten und reden während der Mensur nur mit diesem und zwar nur im Flüsterton. Alles weitere übernimmt der Sekundant. Einige Pauk-Kommens erlauben ihnen Haltrufe, z.b. bei Problemen mit den Schutzwaffen. Ein Sekundant ist für den Schutz und die rechtliche Vertretung seines Paukanten während der Partie verantwortlich. Er ist sein Ansprechpartner bei eventuellen Schwierigkeiten mit Waffe, Schutzwaffen oder Ausrüstung. Er überprüft vor Beginn der Partie die Schutzmaßnahmen beider Paukanten, damit sein Schützling nicht benachteiligt ist. Er gibt die Kommandos zu Beginn und Ende eines jeden Ganges und führt seinen Paukanten durch die Mensur. Zweifelt er eine Handlung an oder will eine Sanktion, dann befragt er dazu den Unparteiischen für dessen Sachenscheidung. Er ist selbst rundum vor eventuellen Berührungen mit den scharfen Klingen geschützt. Zusätzlich ist er mit einem stumpfen Sekundantenschläger ausgerüstet, um seinen Paukanten vor Los- und Nachhalt vor unerlaubten Heben decken zu können. Bei Halt springt er regelgerecht ein, um wirksamen Schutz zu gewähren. Ein Testant darf die Mensur mancherorts durch Anfragen ebenso unterbrechen wie ein Sekundant. Auch er darf regelwidrige Hebe in Frage stellen. Zudem muss er die Klinge seines Paukanten vor jedem Gang desinfizieren und auf den regelgerechten Zustand überprüfen. Die beiden Protokollführer werden durch die beiden beteiligten Studentenverbindungen gestellt. Sie stehen unmittelbar neben dem unparteiischen und halten auf der Mensurkarte die Namen aller Beteiligten und alle wichtigen Daten über den Ablauf der Partiefest. Mit diesen Unterlagen vervollständigen sie das Paukbuch, das jede schlagende Verbindung führt und aufbewahrt. Aus frühen Paukbüchern des 19. Jahrhunderts lassen sich daher Mensuren berühmter Männer rekonstruieren. Ein Schleppfuchs hat die Aufgabe, den Fechtarm des Paukanten in den Pausen zu stützen und unkontrollierte Klingenbewegungen zu verhindern, durch die andere Personen im Pauklokal verletzt werden könnten. Die Bezeichnung Schleppfuchs stammt aus der Zeit um 1820, als die Mensur noch streng verboten war und die Pedele den Studenten hinterher schnüffelten, um sie beim Fechten zu ertappen. Deshalb fanden die Partien meist außerhalb der Stadt an geheimen Orten, in lokalen oder einfach im Wald statt. Einer der Füchse wurde damit beauftragt, die Mensurausrüstung zum Paukplatz zu schleppen. Das war nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch gefährlich, denn Mitwisser und Mittäter wurden ebenfalls bestraft. Mindestens ein abprobierter Arzt muss als Paukarzt in Österreich, auch Bader genannt, bei jeder Mensur anwesend sein. Er muss beurteilen, ob eine Verletzung den sofortigen Abbruch der Mensur erfordert. Dann oder nach dem Ende der Partie versorgt er eventuelle Verletzungen, meist durch Nähen der Schnittwunden. Manche Kommens verlangen je einen Paukarzt für jede Seite. Viele Verbindungen bemühen sich eigene Mitglieder als Paukärzte dabei zu haben. Verletzungsrisiko Bis etwa 1850 waren Mensuren wegen der dabei verwendeten Fechtwaffen, fehlenden Schutzvorrichtungen und Ausübung als Duell oft von schweren und tödlichen Verletzungen begleitet. Beim seit etwa 1760 entstandenen Hebfechten wurden gezielte Schutzmaßnahmen für Kopf-, Hals-, Arm- und Bauchbereich getroffen. Daher gab es dabei nur noch leichtere Verletzungen, vor allem auch deshalb, weil die Partie schon bei kleineren Wunden abgebrochen wurde. Wegen Wundinfektionen mussten auch geringfügig verletzte Fechter bis 1900 jedoch regelmäßig zwei bis drei Tage Bettruhe einkalkulieren. Seit Erfindung der Paukbrille zum Schutz der Augenhöhlen 1857 wurden Todesfälle bei Mensuren wie auch beim Säbelfechten immer seltener. Nach einer Statistik des Berliner Chirurgenseller über tödliche Sportunfälle starb zwischen dem 1. Juli 1928 und 15. April 1930 von etwa 1500 Personen nur eine durch ein Säbel-Duell. Die letzte bekannte Mensur mit tödlichem Ausgang geschah am 28. Januar 1933, als sich bei einer Bestimmungsmensur zwischen der Burschenschaft Holzminder und der Burschenschaft Alemannia in Göttingen ein Unfall ereignete, bei dem sich der Schläger des Holzminden unter dem Nasenblech des Alemannen verfing und ins Gehirn eindrang. Seit 1945 wurden die Schutzmaßnahmen besonders für Augen und Hals weiter verstärkt. In der Bundesrepublik und Teilen Österreichs, nicht aber in der Schweiz, schützt eine Metallschiene an der Paukbrille das Nasenblech, den Nasenrücken. Am Hals schützt eine Bandage alle wichtigen Blutgefäße. Eine verlängerte Halskrause schützt auch den Fazialisnerv, der für die motorische Gesichtsinnovation zuständig ist, um eine verletzungsbedingte Fazialislähmung zu verhindern. Der gesamte Oberkörper ist durch eine Weste aus Hightech-Fasern, dem Plastron, in Kombination mit einem Kettenhemd abgedeckt. Möglich sind nach wie vor Hieb- bzw. Schnittwunden auf dem Kopf oder im Gesicht Borlen und Blutergüsse durch technisch unsaubere Treffer mit der flachen Klinge. Die Fechtkommens vieler Studienorte begünstigen einen unblutigen Verlauf, manche dagegen nicht. Dies ist vor allem abhängig vom Abstand der Paukanten, den erlaubten Hiebkombinationen und der Anzahl und Dauer der Gänge. Mensuren dürfen nur in Anwesenheit eines oder zweier Ärzte mit entsprechender medizinischer Ausrüstung gefochten werden. Diese werden bei jedem Treffer konsultiert und können eine Mensur jederzeit aus medizinischen Gründen abbrechen. Solche Abbrüche haben für den Betroffenen keine negativen Folgen. An einigen Hochschulorten gelten zu früh beendete Mensuren jedoch als ungültig und müssen jeweils von beiden Paukanten wiederholt werden. Durch die ständige Desinfektion der Klingen kommen keine Wundinfektionen mehr vor. Aus vernappten Schnittwunden entstehen auch heute noch Schmisse. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen besteht jedoch auch heute noch ein Restrisiko einer schweren Verletzung. Pauken Das Erlernen der studentischen Schlägerfechtens, das Pauken, stellt für das junge Mitglied einer Schlagendenverbindung eine große Herausforderung dar, die einen wesentlichen Teil seiner Aktivität in der Gemeinschaft beansprucht. Diese Herausforderung an Disziplin und Engagement, das der junge Student aufbringen muss, gilt als wesentlicher Teil der Persönlichkeitsbildung, die die Mensur bewirken soll. Bei pflichtschlagenden Verbindungen ist mindestens eine Paukstunde pro Werktag im Semester die Regel. Dabei ist die Teilnahme für aktive Mitglieder der Verbindung Pflicht. Geleitet wird die Paukstunde vom Fechtchargierten der jeweiligen Verbindung. Wenn möglich wird ein oder mehrmals ein externer Fechtmeister als Ausbilder hinzugezogen. Manche Verbindungen verzichten jedoch auf den Einsatz von Fechtmeistern und verlassen sich auf die Unterstützung durch die älteren Semester. Während die Universitäten bis zum Zweiten Weltkrieg eigene Fechtmeister besoldeten und eigene Fechtwöden unterhielten, wird heute der Fechtunterricht auf den Korporationshäusern der Verbindungen in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten abgehalten. In diesen Räumen werden bei Bedarf auch die scharfen Mensuren durchgeführt. Zur Ausbildung im Mensurfechten ist umfangreiche Ausrüstung nötig, denn sowohl Waffen als auch Schutzwaffen unterscheiden sich beim Üben von der Ausrüstung, die beim Fechten mit scharfen Waffen verwendet wird. Die Paukschläger sind im Vergleich zu den Mensurschlägern robuster, haben stumpfe Klingen und keine in den Korb eingelegten Farben. Die Schutzwaffen für das Üben sind weniger kompliziert, denn sie müssen nur vor der Schlagwirkung der stumpfen Klinge schützen. Nicht vor der Schärfe. Beim Üben wird ein Helm verwendet, der sogenannte Paukhelm. Dadurch entfällt die Paukbrille, die bei scharfen Mensuren zum Einsatz kommt. Zu Beginn der Ausbildung erhält der junge Studentunterricht in der Hiebschule eine Phase der Ausbildung, in der er theoretisch und praktisch mit den grundlegenden Bewegungsabläufen der wichtigsten Hebe des Mensurfechtens vertraut gemacht wird. Dazu wird ein sogenanntes Phantom verwendet, meist ein mit Leder umwickelter Holzklotz von der Größe eines menschlichen Kopfes, der die Trefferflächen auf dem Kopf des späteren Gegenpaukanten darstellen soll und dazu auf einem feststehenden Pfahl in Kopfhöhe des Fechtschülers befestigt ist. So kann leicht überprüft werden, ob alle Hebe an den vorgesehenen Stellen treffen. Zur weiteren Ausbildung geht es ans Kontrapauken. Dazu stellen sich zwei Fechter mit Paukweste, Paukhelm, Armstulp und stumpfen Waffen gegenüber und simulieren die Vorgänge einer scharfen Mensur. So wird nicht nur das Fechten unter möglichst realistischen Bedingungen geübt, sondern auch das Regelwerk der Kommen vermittelt. Wenn ein Fechter die technischen und persönlichen Voraussetzungen für eine scharfe Mensur erfüllt, sucht der Fechtchargierte für ihn in Zusammenarbeit mit den Fechtchargierten der anderen Verbindungen desselben Waffenringes einen passenden Gegenpaukanten für einen der folgenden Pauktage. Stellenwert in Verbindungsarten Pflichtschlagende Verbindungen fordern von ihren Mitgliedern das Schlagen von Mensuren. Meist legen ihre Satzungen eine Mindestanzahl von Pflichtmensuren fest. Pflichtschlagende Verbände, Kartelle und Waffenringe sind Kösener Seniorenkonventsverband Weinheimer Seniorenkonvent Coburger Konvent Süddeutsches Kartell Deutsche Burschenschaft in Österreich Österreichischer Landsmannschafter- und Turnerschafterkonvent Konservativer Delegierten Konvent der Fachstudentischen Burschenschaften in Österreich Österreichischer Peneler Ring Schweizerischer Waffenring Fakultativ schlagende Verbindungen verpflichten ihre Mitglieder zum Erlernen des Menserfechtens, stellen ihnen das Fechten von Mensuren aber frei. Die Deutsche Burschenschaft Die neue Deutsche Burschenschaft Der Wannigeroder Jagdkooperationen Seniorenkonvent und die Deutsche Sängerschaft sind fakultativ schlagend. D. H. Ihre Mitgliedsverbindungen können das Mensurfechten freistellen. Freischlagende Verbindungen erlauben ihren Mitgliedern das Fechten von Mensuren und Pauken auf Wunsch auch ein, dies ist jedoch nicht verpflichtend. Auch einige Schülerverbindungen fechten Mensuren, meist aber nicht mit scharfen Waffen. Nicht schlagende Verbindungen lehnen Mensuren aus religiöser Überzeugung oder Tradition grundsätzlich ab und bieten ihren Mitgliedern keine Möglichkeit, sie zu lernen und zu absolvieren. Bis zum Zweiten Weltkrieg war es aber bei vielen nicht schlagenden Bünden üblich, sich bis zur Mensurreife einzupauken, ohne eine Mensur durchzuführen. Dies sollte zeigen, dass man Mensuren fechten könnte, wenn man wollte. Rechtslage Im Göttinger Mensurenprozess bestätigte der in Berlin residierende 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes, dass durch die Mensur gefährliche Körperverletzungen im Sinne des Strafgesetzbuches entstehen können, diese seien jedoch keine Straftaten, weil sie mit Einwilligung des Verletzten zustande kämen. Sie müssten daher straflos bleiben, solange sie nicht im Rahmen von Ehrenhändeln vor sich gehen und bei ihrer Durchführung alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für die Beteiligten getroffen würden. Insbesondere setzt die Straffreiheit den Verzicht auf tödliche Waffen voraus. Dieses Urteil hat zu den oben geschilderten generellen Sicherheitsvorkehrungen geführt. Die Mensur ist damit rechtlich set. b. Dem Boxen gleichgestellt Mit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 1975 wurde außerdem klargestellt, dass es sich bei Mensurenfechten im Regelfall auch nicht um ein Dienstvergehen oder eine Wehrstraftat handelt. Allerdings verliert eben aufgrund der Einwilligung in die Körperverletzung der Verletzte gegebenenfalls den Schutz der Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Rechtslage in Österreich ist vergleichbar. 90 österreichischen StGB entspricht der deutschen Einwilligungsregelung nach 228 deutschem StGB. Dort stellte das Strafgesetzbuch von 1937 Dekasekunden-Duell zwar als Delikt gegen Leib und Leben unter Strafe. Da die dort verwendete Definition des Duells aber Mensuren nicht einschließt, blieben Mensuren meist straflos. Gemäß den Satzungen des Schweizerischen Waffenringes war das Pistolen-Duell wie auch die Säbelmensur noch bis in die 1980er Jahre theoretisch möglich. In der Regel wurden jedoch entsprechende Forderungen in einem Ehrengerichtsverfahren in Schlägermensuren umgewandelt. Nasenbleche galten in der Schweiz als verpönt und wurden nicht verwendet. Am 23. Juni 1989 sind die Strafbestimmungen über den Zweikampf aufgehoben worden. Nach früherem kanonischem Recht der katholischen Kirche waren Mensuren, selbst wenn sie nicht auf Tötung abzielten, unsittlich und wurden mit Kirchenstrafen bis zur Exkommunikation belegt, da sie körperlich und mental auf echte Duelle vorbereiteten. Auf Duell stand die dem Papst vorbehaltene, einfach reservierte Exkommunikation, von der Strafe wurden betroffen die Duellanten selbst, dann jene, welche zum Duell fordern, dasselbe annehmen und wie immer begünstigen, ferner die Zuschauer und alle jene, welche das Duell erlauben oder nicht nach Möglichkeit verhindern, welchen Rang sie immer bekleiden. Nachdem das Duell aufgegeben worden war, entfiel dieses Argument. Nach der neuesten Fassung des CIA-C von 1983 steht die Bestimmungsmensur nicht mehr unter expliziter kirchlicher Strafandrohung, sofern sie nicht mehr als Vorbereitung zum Duell anzusehen ist und keine Gefahr schwerer Verletzungen beinhaltet. Auch ein möglicher Verstoß gegen das allgemeine Verbot der Körperverletzung in Kennen 1397 sieht nur Sühne Strafen. Hingegen keine Exkommunikation vor. Die Mensur wird aber weiterhin als sittlich verwerflich angesehen und katholische Verbindungen sowie Verbindungen anderer christlicher Konfessionen lehnen die Mensur weiterhin strikt ab.